Wir sollten unsere Ideen umsetzen, wir sollten uns selbst umsetzen, den Sprung über den Graben wagen von hier in die Zukunft, vom Gewissen ins Ungewisse. Manchmal habe ich das Gefühl von lauter Social Media, der Erfolg kommt über Nacht. Alle sind erfolgreich, vom Tellerwäscher zum Multimillionär, egal was, aber alle sind von heute auf morgen erfolgreich. Doch viele vergessen, es braucht Disziplin und das ist ein gutes Wort und kein schlechtes Wort. Wenn wir uns konzentrieren auf unsere Vision, den Fokus stellen und die Dinge, die uns permanent vor die Füsse geworfen werden, nicht beachten, sondern konzentriert weitergehen, dann sind wir schneller am Ziel und vielleicht auch leichter.